Hallo ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen und herzlich willkommen zu diesem neuen Adventskalender Türchen. Was Türchen Nummer 14 angeht bezüglich, es ist in diesem Land gesperrt worden. Ich habe keine Erklärung warum und YouTube hat sich auch noch nicht bei mir zurück gemeldet. Das ärgert mich natürlich, dass es Arbeit gewesen ist Türchen zu machen, aber da können wir nichts machen. Ich hoffe dieses Türchen kommt online und wir starten jetzt sofort rein. Liebe Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender Türchen. Heute mit Türchen Nummer 19. Ich bin schon sehr gespannt. Ich sehe es auch schon direkt vorne das Cockpit vom Millennium Falcon. Und heute haben wir das Thornton. Ein sehr cooles Mini-Bild. Wieder etwas komplizierter und wir sehen mal, ob ich es aufgebaut kriege für euch. Ich sehe es vielleicht um jeden Fall. Ein sehr cooles Mini-Meister des honourtenen Bind. Ich sehe es auch in der Nähe des Pillen, die wir sehen mal, ob ich es aufgebaut ist. Wir sehen uns erst, aber auch in der Nähe des Pillen, die wir sehen uns allen. Ich sehe es aber ganz leicht. Ich sehe es nur noch nicht zum Beispiel, wie hier auf jeder Bindelung. Ich sehe es nur noch nicht gefehlt. Das ist wieder eins der Minimilds, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich es 100% richtig gesammelt habe. Das Torn-Torn. Wenn nein, schreibt es mir doch in die Kommentare. Sieht auf jeden Fall cool aus, man erkennt was es ist. Ziemlich nett. Als Ersatzteile haben wir noch ein Roof-Piece, ein Zahn in beige, zwei Stats, einmal rot und einmal grau und ein 1x1 Teil in braun. Ja, das war es dann auch schon von diesem heutigen Adventskalender-Tierchen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert mich um nichts mehr zu verpassen oder folgt mir auch auf Instagram, erster Link in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, bis dann ihr und ciao, ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister.